gelassen, weil ich gemerkt habe, keine Chance. Der ist zu, so wie das Wort noch nicht mal aus dem Mund ist, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz übel, seinen eigenen besten Freund anzuschauen und zu wissen. Der kämpft quasi, aber er merkt und sieht und hat keine Chance, das festzustellen, dass es so ist, wie ich ihm das versuche zu ermitteln. Und er kämpft aber, weil er mein Freund sein will, richtig, Julian. Und das will er auch, aber er kann es nicht. Er kann es nicht. Mein Fehler war, dass ich ihn weggeschickt habe. Das hätte ich nicht tun sollen, weil jeder Mensch, der aus dem unmittelbaren Lebensraum raus ist, und wenn es nur ein paar Häuserblocks weiter ist, ist sofort hochgradig eingreifbar und das wird natürlich genutzt.